Hallo und herzlich Willkommen zurück zu ne neuen Folge Rainbow Succeeds. Ich hab einmal den Daniel dabei Und einmal den Marvin Die Schnauze Und einmal den Marvin Ihr seid so behindert, ey Ich kann nichts mehr Weißt schon, das fällt mir gut ein, wenn wir lachen Daniel, du Behinderter, komm mit Baustelle Geht nicht mehr Du musst mal einen eigenen Spawnplatz versuchen Ja, ich muss mal selbstständig werden So wie Sebastian Wir haben mal einen zweiten Namen rausgefunden Und keine Ahnung Ich und ich hab ihn Und ich hab ihn nicht mal meinen gesagt Du hast einen zweiten Namen? Ja, Mann, die sag ich keinen Das heißt, das ist meine Familie Was ist ein typischer polnischer Name? Kevin Kevin Kevin, genau Lukas Kevin Ne, ich hätt erst gedacht Ich hätt eher gedacht Klaus Der volle Name von Lukas ist Justin Jeremy Pascal Bitte was? Marvin Trick, Track, Druck oder was? Oder wie die heißen? Crazy Story, die sind unten Trick, Track, Druck Glaub ich nicht, dass sie so heißen Bin ich die letzte Drohne oder was? Ja, jetzt ja 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 Und so der einzige, der es nicht gefunden hat Ne, ich musste die ganze Zeit über Marvins zweitnamen lachen Der ist ja ganz normal, ne? Ich kann ja, ich kann jetzt sogar Marvin, gibst du mir mal deine Adresse? Ja Ja Ich schreib das dann rauf Einmal adressiert an Marvin Sebastian Und den Nachnamen möchte ich jetzt nicht sagen Warum rennen die mir hinterher? Ich hab nicht den Plan, ihr Idioten Geht weg Haben wir Geisel oder Fuse oder was haben wir? Äh, ich glaube ja Bereich sichern Nee, ergreifen, Geisel Fuck Ist das klug? I don't Da Ja, ich auch nicht Komm mal runter Ah Ich hab was gefunden Sebastian Sebastian hab ich nicht gefunden Okay, da ist einer Da ist keiner mehr Gut, da kann ich rein Hoch Völlig gelandet, hier ist ja gar nichts Fuck Bitte was? Wo war der? Ich hab doch noch da hingeguckt, Mann Nee, jetzt fuck ich nur noch ab, Alter Weißt du, ich hab da grad hingeguckt Da war keiner Und da ist auf einmal einer da Das ist doch so logisch Marvin, also Sebastian, wenn du jetzt gleich links guckst Geradeaus, ne? Nicht da hinten, wo du jetzt grad guckst, Sebastian Geh mal weiter runter Ich schnauze jetzt mal Ich muss mich konzentrieren Sebastian, jetzt links Links Rechts jetzt, rechts jetzt, Sebastian Ja, okay Marvin, Sebastian Da rechts ist der Rook drin Genau da ist er doch Da war er Bist du behindert? Was? Oh, ne? Sebastian ist so schlecht Der ist links Drago Daniel, der ist links Rechts Rechts, rechts Um am Schild Um am Schild Der ist links, links, rechts, rechts Links links, rechts Um, Um, Um ach daniel hat die fresse rechts vom schild hinter der kiste darfst du nicht machen dann noch einer ganz logisch sehr schuld sich erst der schuld zu bastian nein diejenige schulter links rechts und oben voneinander nicht unterscheiden kann ja genau sebastian sebastian lass das bitte nix mal sein ich muss das mal gucken ob ich meinen arbeitsspeichern schon wie gefixt bekomme ich hatte so vorgab jetzt nur eins aufzunehmen oder marvin meinte dass ich gleich komplett aufnehmen also mehrere und die dann verteilt an tage hochlade ach nein du willst ach marvin macht ja gar nicht mit sebastian macht er jetzt mit hey sebastian wird es uns dein namen nicht sagen sollen du dummer hurensohn alter ich geb dir kopfschuss alter ohne scheiß ich mach das sebastian verpiss dich ich geb dir kopfschuss aber lucas hat es nicht anders verdient aber lucas hat es nicht anders verdient das gerät ist am platz der lebt eigentlich noch marvin lebt immer noch und marvin ist tot ich habe nitro platziert was für ein lacker ja einer ist runtergefallen falsch schaden aber dank marvin aber dank lucas der mit die tücke machen musste aber dank marvin und als zweiten team kill provozieren musste was hat das euch geschafft der epics jo ich wäre eigentlich gestorben dabei wow der epics ist gut und das war es da war er da ist er gefallen ja sebastian halt bitte jetzt die klappe wir wollen uns konzentrieren junge schnauze oder was ich muss dich jetzt töten ne du das machst du tichtig was ist wenn ich euch ach ich töte euch beide scheiß egal nein komm jetzt gewinnen wir wie hieß wie hieß die krabbe von ariel sebastian ne ne sebastian ey daniel ich sag gleich deinen nachnamen wenn du mich jetzt weiter ergerst dann sagt marvin deinen ich sag marvin sein nachnamen auch ja und dann was haben wir dann davon keine ahnung du wirst alle so nachnamen aber das haben wir dann später wieder vergessen weil es einfach nichts unwichtigeres auf der welt gibt als das ist also ich weiß dass man meine adresse nicht mehr meinen namen findet im internet seid ihr euch da auch so sicher ja sehr sicher vielleicht hab ich mich darum gekümmert dass alles verschwindet ich hab äh meine adresse äh ne kannst du finden die geht dann halt zehnmal um der welt ne dann schicken sie den brief da und dahin und müssen sie gebühren bezahlen und die werden arm warum briefe ich rede vom internet suche ich finde die nicht ich will doch kein weg hier raus die sind oben in diesem komischen hauptschlafzimmer oder so wie das heißt ja die sind da oben in dem hauptschlafzimmer kopfschuss drago kopfschuss drago kopfschuss 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 kopfsch ja nicht komm mir in die Augen baby Geh vor Woll entdeckt Wo ist das Irgendwo ne Kamera Die ist weg Alle beide Hey schon wieder Keine Ahnung Du kriegst nicht hier mit dem Schild zu spielen Du bist so schlecht Ich lass dich kurz allein Marvin Schon ok So Gehen wir da jetzt drin So Marvin ich bin drinnen Ja in dem Gang ist keiner Aber Die Verküre ist in dem Gegenüberraum Zielraum Ja die alte Hockt auf dem anderem Gebäude Und schießt da raus die Frost Also Frost ist im anderem Gebäude Ja Wenn du jetzt aus dem Fenster rausgehst Gleich links Marvin Und der anrockt am anderem Büro Äh am anderem Gebäude Genau da hat Frost rausgeschossen Ein Gegner verbleibt Das ist jetzt nur noch Frost In diesem anderem Büro Ach Geisel ist sicher Sprengbereich räumen Jawoll Nice Marvin Evakuierung erfolgreich Gute Arbeit Boah ich stehe 003 Das ist schon scheiße Daniel Da war ja diese eine Runde Wo uns ja unbedingt so ein Typ Irgendmal in den Kopf schießen musste Ja Ich hasse diesen CIA Typen Ich meinte dich Achso Ich hab gedacht wir beiden um meinen Marvin Nein das war ganz genau Gehört nach Regen Wir gehen ins Schlafzimmer Komm Ich fand's ja so gut Du joinst grad frisch bei uns zum Channel Und Marvin gleich gesagt Du Uhrensohn Ja weil du ihn jetzt so verleitet hast Ich hab nix gesagt Ja das ist ernsthaft so Ich hab nix gemacht Ich hab einfach nur gesagt Hey Daniel So ganz freundlich Weil ich hab gedacht das wird endlich mal Ein geschillter Start Aber Marvin muss das ja wieder übertreiben Und alles auf mich schieben Lukas Ja Fick dich Hey Ich hab echt nix gemacht ne Lukas Fick dich Daniel Deine Mutter Nein Deine Mutter Deine sammelt Hartz 4 man Deine sammelt von Flaschen Ja Unschässliche Kinder Oh Sorry Unschässliche Kinder Ich hab ihn fast getötet Weil ich durch die Wand geschossen habe Hab ich ihn fast getötet Wär so ein richtiger Noch 5 Sekunden Dingens Die Gegner haben die Geisel entdeckt Dann aktiviert Ich hab noch einen Ich kümmer mich um die Tür Sensor eingesetzt Ich hatte gerade einen im Herzschlagsensor Ja da hast du jetzt auch noch ne Schildfuzzi Geht doch Und tschüss Und tschüss Und tschüss Der liegt draußen auf dem Dach Ähm Da wo die Wand aufgesprengt worden ist Der liegt da draußen Also links vor mir Passt auf Ja das ist Und tschüss Ja da ist Und tschüss Das ist Das ist Aber es muss raus. Tut mir nicht weh. Bist schon richtig behindert. Marvin, ich weiß, was Marvin unter der Dusche mal singt. CIA, Joping, 146. Marvin singt auch immer unter der Dusche. Ich hab Zwiebeln auf dem Kopf. Ich bin Döner. Ich bin Döner. Ne Drago? Drago Nia. Ich weiß ja nicht, was du so für Musik hörst, aber das ist echt... Ich höre böse Gartenswerge. Du singst auch unter der Dusche immer Pink, Fluffy, Unicorn. Sing Sing on Rainbow. Das ist doch geil, das Lied. Besser als zu singen. Besser als zu singen. Ich hab ne Zwiebel auf dem Kopf. Ich bin Döner. Du singst auch immer Neon Cat für dich. Schuuuii. Noch 10 Sekunden. Ziele entdeckt. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Pink, Fluffy, Unicorn. Oh, jetzt hab ich ein Ohrwurm. Dank du Assi. Bitteschön, gern geschehen Immer wieder dir Haha, fahr das Ding auf Headshot Richtig so Ja Hätt sowas übrigens kommen gesehen Störsender Zungssperre kaputt Ja Wollen ich irgendwie zwei, drei Seiten aufspringen um reinzukommen Und die Geisel zu holen Der ist da hinten einer, einer hockt bei der Geisel Yo, wieso blende der Spasti mich jetzt Da war gerade einer, ich die töten konnte Was macht der, der blöd mich Hottel ey Sind wir, wir quitt Weißt du was du gestern gemacht hast Du Ruhrenso, du warst das Alter Weißt du Da war ein Sorry Danke Hast du ihn getötet Weißt du, da war einfach einer Der kann ich dagegen gerade nicht Oh Gott, bist du behindert? Mehr als sonst auch Ich, oh geil Weißt du Oh Cool Ich wollte gerade, ich wollte den gerade abschließen Den Pisser Der hätte mich willkommen, hätte der nicht geschossen Pink Fluffy Unicom Pink Fluffy Unicom Oh F*** Dancing on Rainbow Everybody say huuuu 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 Heheheheh Oh Oh ich hab keinen Bock, diesmal auf Strip Club Mann Ja dann gehen wir da nicht hin, aber jetzt ist es zu spät Den Raum befestigen, die Geisel muss gesichert werden Ich schmeiß meine Fufis durch den Club und schrei Wow Wow Marvin, hol mal die Fufis Weit bist du dran Ich hab kein Geld Naja Du musst Der schmeißt nur die Fufis Cent Stücke durch den Club Heheheh Er macht das wie Mr. Burns Fliegt mit einem Heißluft Ballon und schmeißt Heheheh Und schmeißt äh Cent Stücke aus dem Ballon Und tötet damit fast alle Auf der Hand zu vorbereiten Ja hier kannst du auch wieder nix verteidigen An der richtigen Position oder so Das ist so behindert Kannst du was zu machen? Oh na Geh mal kaputt ey Next Ding Bitte So Boah ich will Drago gerne mal einen schönen Arschschuss geben Er hat ein zweites Arschloch Haben wir noch irgendwas was ich hier ähm Dings machen kann? Äh Soweit ich seh eigentlich nicht Nee das kann ich nicht mehr Ich hab schon keine mehr Nee ich meine äh Kann ich irgendwo Wand verstärken Was wir stärken? Marvin? Wir machen mal bald zusammen lol ok? Nein Echt jetzt? Echt jetzt? Ja Nein Wow das ist ja gleich draußen Ja Helfts Drohner Caput Jeder läuft mir fucking nochmal in meinen Schuss Wer macht denn die Wand da auf? Die Tür da auf? Ja selber schuld Machen die Tür nicht kaputt Irgendwer gar halt noch draußen Haben alle noch draußen Warum nicht verreckt ihr Warum Hey Frost verpiss dich Wo kommen die Ball Bitte was Sehr gut Daniel Ich hab ihn pass auf Daniel Von rechts Genau da wo offen ist Bei der Tür oder bei der Wand Bei der Wand Wo die Wand offen ist Kommt der rein oder ist der draußen Das ist Thermite Der ist draußen Der steht weiter links Wo die Öffnung ist Genau Ja genau da wo Da läuft der Hund Schade Hast der Typ echt Ich glaub das wird eine richtig knappe Runde Ah die Map ist auch scheiße Machen wir danach noch ein letztes Ja da schauen wir noch Komm 3-3 So schlecht sind wir gerade gar nicht dran Ja ich weiß aber Ich hab diesmal scheiß KD Scheiß auf KD wir wollen gewinnen Also ich hätte gerne nur Spaß In dieser Runde Nee gewinnen Gewinnen macht auch Spaß Ja das stimmt Aber mit meinen besten Freunden Hätt ich doch viel lieber Eben wolltest du noch ernst spielen Du musst es mal Spaß haben Entscheide dich Weil wir haben ihn gefragt Spaß oder Ernst Du hast gesagt Ernst Ja Ah nee ich sagte Spaß Immer Spaß See on the rainbow Jetzt bin ich zweimal in den Chase Biker Raum gefahren Was ist denn das für ein Scheiß Sind die im Strip-Lekal Unten können sie glaube ich gar nicht Doch ist Verlängerung Alles wurde resettet Die müssten unten sein Ja aber Das ist doch wieder total problematisch Da wieder voll reinzukommen Mann Ich hoffe dass wir es diesmal packen Marvin ich mach hier gleich die Tür auf Bin ich bei dir Hast du doch da Ja da willst du durch Na gut Ja hier ist alles voll mit Schock Kann ich nichts machen Ähm hier ist irgendwo einer in dem Raum Weil guck mal die Tür wie die zugemacht wurde Da ist er Hab ihn Bro da ist offen Da ist offen Marvin Da guckt gleich einer durch Die sind auch nur noch zu viert Achtung Explosion Malgo was machst du Kamera Daniel kommst du zu uns Marvin komm mal her Und ich hier durch spreng Komm mal her Wenn Daniel jetzt zu uns kommt Hier EMP hinsetzt Kann ich hier durch Oh Hab die falsche Wand zerstört Bist du Äh Ich komm dir mal entgegen Oder kann ich hier sitzen Weil hier ist ja kein Spruch Da bin ich mir nicht sicher Ja guck mal Ich hab keinen Schaden bekommen Komm schnell Komm schnell Gib mir hier Deckung Aber wer vorher MP Genau Und gib mir da Deckung Oh pass auf Da liegt einer an der Geisel Ich mach auf Weiter rechts Marvin Weiter rechts Der liegt da Oh ne der wurde schon weggeholt Und gewonnen Nice Ey ich bin diese Runde Total scheiße Epix ist gut Äh 4 Ja Stimmt Welcher Verteidiger hat ein gutes Gewehr Was meinst du mit Gewehr Ja präzise Und ich glaub der hier Der hat aber keine Mannstoppung Ich glaub Ne der müsste keine Mannstoppung haben Was ist Mannstoppung Erklär das mal Damit hältst du die Gegner auf Wenn sie auf dich losrennen Wenn einer zum Beispiel kommt Dann kannst du ihn Halt äh Besser ausschalten Na Na Das ist halt Mannstoppung Das ist halt Mannstoppung Machen wir hier noch zu einer Trago hast du eine Wände Ja Machst du mal gleich eine Wand zu Äh zwei Wände Hier mach mal Wo? Ja ja Ich hab noch einen Haken Was komm Will einer Geschirr haben Jetzt mach ich die Teller kaputt Tut mir leid Zu spät Oder einer einen guten Whisky Tut mir leid Zerstört Habt ihr schon alle Rossmann Habt ihr alle von C&A Weste Ne H&M Kauft jetzt mal Echt Okay Wenn ich nix mal Rook spiele Dann gibt es von Camp David Okay Ja Ey Marvin Das ist mein Fucking Schild Jetzt verzieh dich Soll ich den Kopfschuss geben Mit Strohne Daniel Wollen wir Dings spielen Ente 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 Komm mit Tisch Nein Wollen wir nicht Jetzt gibt der Jetzt gibt der Ein Kopfschuss Wir alle jetzt in dem Verschissenen Raum Drinnen Jo Wir kriegen dermaßen Aufs Sack Wir sterben jetzt So definitiv Rechts Ja Also Südwesten Alle lieben Drago Und schießen ihn ins Gesicht Juhu Nicht schon wieder Mama Und wo? Bitte was Wie Alter Wie können die so bitte so präzise schießen Obwohl du die nicht mal siehst Da oben Da war der Daniel Da Über der Kiste Da hat der mich weggeholt Conning du Marvin Du hast den auch nicht gesehen oder? Ich hab den gesehen Mein Äh Visier war kaputt Deswegen hab ich den nicht getroffen Ich hab den nicht gesehen Ja genau der ist da hinten Rechts ist ne Drohne Rechts unten Siehst du das rote? Da Da Nehmen den Sessel Nehmen den Sessel Unter Ja genau da wo du jetzt hinguckst Noch ein Stück nach links Links Weiter nach links Links Nicht an dem Tisch Noch ein Stück Da Unter der Kommode Unter dem Schrank Aber pass auf rechts Da kommt jetzt gleich einer Ich sehe ihn nicht Ich sehe die Drohne nicht Nein Das ist jetzt Äh Wo genau Egal Jetzt ist es egal Genau Gerade Den jetzt runter Runter Da ist er Jetzt hab ich den gesehen Du bist ein Fischer Alter Ja Ihr seid einfach unpräzise Marvin Ich weiß Okay Er hat Glück gehabt Mach mal deine Abmoderation Okay Vielen Dank fürs Zuschauen Abonniert meinen Kanal Ich zeig das Video Eure Freunde Eure Familie Mir egal Jetzt kommt Drago Spruch wieder Reibt euch dran Oder was du mal sagst Und wir sehen uns Bis zum nächsten Mal Let's play Rainbow Six Siege Ciao